Ich bin Lina. Ich bin heute Abend freiwillig hier. Ich bin ebenfalls freiwillig hier. Ich bin natürlich freiwillig hier. Legen Sie das Video hoch. Nehmen. Und die Konchette. Nehmen. Und die Kerze vorsichtig auf den Tisch. Jack. Wo willst du hin? Ich frage Cheers. Cheers. Heute haben wir uns verstanden. Wir sind frei gekreitzt. Geister und Mutter. Und wir rufen euch. Ciao. Noch mal. Noch mal. Als Freunde haben wir uns versammelt. Mit reinem Herzen. Geister um uns herum. Wir rufen euch. Ist hier jemand, der uns abhängt? Bist du auf der Suche nach irgendwas? Sind wir hier alleine? Ist hier jemand, der mit uns abhängt? Nein. Also ich fühle wirklich was. Ich fühle auch Rüdiger. Das ist ein guter Instrument. Great job. Der Rüdiger hat dich noch zwei mal gesehen. Not on your life. Ich werde es nicht weiter. Nein. Hat sich keiner gezeigt. Scheiße. Der ist so gut. War nicht so froh. See you next time.